Herzlich Willkommen zur 1.30 Uhr Folge von der Sowjetrepublik. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, haben wir, haben wir. Oh doch, da kommen wir auch hin mittlerweile. Da gehts noch nicht hin, da gehts noch nicht hin, da gehts hin. Da gehts jetzt auch hin. Da gehts hin, da gehts hin. So. Das heißt, dort kommen jetzt die ganzen Arbeitskräfte hin. Das gleiche machen wir ja dann später hier unten drunter auch noch. Jetzt ist die Frage. Wie gehts jetzt weiter? Wir haben nicht mehr viel Kohlen auf der Hand. Abitum, Kleidung. Also wir müssen erstmal Essen machen. 11, 22 Tonnen. Ich weiß, wir könnten da 10 Tonnen, 20 Tonnen, 30 Tonnen Essen am Tag machen. Wir werden 900 Tonnen im Monat. Wir verkaufen, um den Produz zu machen. Wir verkaufen, um den Produz zu machen, um 66 Tonnen. Wir haben jetzt mehr Sachen an, um 30 Tonnen, 30 Tonnen, 30 Tonnen, 40 Tonnen. Und das wird noch nicht mehr. Ich weiß noch nicht. Wir wollen auch immer noch da. einmal noch da einmal noch da wo die straßen so die tinger von dort aus noch ihre arbeitskräfte dann brauchen wir noch wacht um ein Stück gute Lagerungen dann können wir noch ein Stück gut 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 damit ich dann runter und dann brauchen wir noch eine straßenladung so und hier rechts daneben kommt auch mögliche nach rechts abfallen und auch gerade und nach da aus aber wo ja mich von dort aus das essen in die stadt geliefert ich würde ich immer noch nicht fertig immer noch nicht fertig so also schon die häuser einst du nicht da wochen ist also schon fertig ok da muss das kies noch durch das heißt dann kommt jetzt als nächstes für bürger zu plattformen und dann die beiden straßen noch bauen das sind doch schon viele da eingezogen 37 tonne platten das könnten schon fast die letzten beiden sein weil es noch mal 11 ohne die fahren die fahren weiter nach hier unten schon der fährt auch durch fährt auch durch müssen wir aufpassen da kommen ich jetzt auch noch platten die haben jetzt hier keinen strom mehr weil die busse für den strom nicht durchkommen oder auch hier sonst stehen die Deswegen ist da nämlich kein Strom mehr reingekommen. Weil die ganzen Busse und auch was alles mich hier noch zum Parken stehen. Da kommt der Stahl für das drüben schon. Ach guck mal, die fahren mittlerweile alle hier unten in die Stadt rein. Deswegen ist es hier mittlerweile auch schon relativ gut Theater. Ah, Moment, Moment, Moment. Wie wollte es denn fertig? Keiner da rein. Es wäre einfacher. Achso, ne, die fahren eh auf die andere Seite. Der Stahl ist auch schon komplett da. Das sind auch die letzten restlichen Platten. So, und hier nehme ich auch die Schneere 12 Tonnen Stahl da. So. Einer kommt noch. Oder einer fehlt noch. Da ist der letzte. Auch dadurch vier Stück reingegangen. So. 200 Tonnen Platten. So. 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 das lag daran, dass das Plattenlager hier abgefackelt ist. Das werden die mich natürlich alle losrasen hier. Da natürlich wieder Platten anzubringen, weil die paar Platten, die da noch liegen, wobei eigentlich alle Platten auch hier auf dem Weg sein sollten. 12, 436, 48, 60 Tonnen sind da, 12, 436, 36 Tonnen sind in den drei noch drin, was sind da 36 Tonnen drauf, ich glaube 12, 11, also 33 Tonnen, dann fehlt noch einer, der kommt da, zack, 11 noch, ne, da fehlt noch einer. Da sind, ne, 11 Tonnen, buff, erledigt. Wir müssen jetzt halt auch ein bisschen aufpassen, ne. Da müssen wir auch 60 hochgehen. Ja, weil wir kein Fleisch haben. Bist du Arbeiterstrom, 32 Leute, wir müssen da auch nochmal gucken. Wir haben keine Kohlen mehr, weil wir kein Strom verkaufen. Jetzt haben wir uns so viel Geld ausgegeben. Da ist, wie viel Geld kostet, 2,5 Tonnen. Die beiden, die beiden, die beiden, die da. Geht das falsch. So, als nächstes wäre dann dran, von da nach da, von da nach da, von da nach da, von nach da nach da. Jawoll. 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 Ne, die können ja, ne, die können da nicht ran, die müssen ja erst alle komplett da außen rum fahren. Jawoll. Jawoll. Jawoll, Sie müssen dann große, wie ganz clever, wie ganz warm sind. Das ist nicht. Da sind die Auer da. inzwischen weg die holen halt hier schon massiv wie die Leute ab ja Paletten und Platten du brauchst halt massiv viel Stahl jetzt haben die noch einen Beaufträgen Straße 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 ein paar Fußwege so fabrikabinung ach quatsch die fabrikverbindungen die fabrikverbindungen dann brauchen wir jetzt noch Puppets 4 da einer daneben 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 keine Kreuzung daneben, daneben das passt, das passt das passt achso, Moment und das so ... ... ... einer ist noch da unten einer ist noch da ja das müssen wir das müssen wir so oder so anders bauen wobei der eigentlich schon alles dran hat das heißt wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier ist eine Mittelspannungsstelle ... 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 jetzt mich dann auch weiter und das geht dann ungefähr was heißt ungefähr das geht dann halt bis nach da so haben wir das auch guck mal an wir haben wieder 5000 Euro in Kante so erlauben wir jetzt den Einzug mehr produktive Arbeiter und die sollten jetzt wieder auf null fallen aber wir haben halt einfach mal 900 Babys das heißt Kinder sind 37% unserer kompletten Bevölkerung das wird langsam schon kritisch also normalerweise so 30% wenn wir viele Leute brauchen die wären jetzt hier wir brauchen hier locker 1000 wir brauchen locker 1000 Arbeitskräfte locker so Die Sohren. Da brauchen wir ein Radmodell. Zwei Luft daneben. Zwei Luft daneben. Zwei Luft daneben. Von da ran. Von da ran. Von da ran, zack, bumm, Spanx. Das, 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 das. Wir haben ganz schön was zu tun. Ich meine, ich freue mich. Bis zunächst mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.